so neue folge neues glück schauen jetzt mal kann ich das hier runterschießen oder was passiert gar nichts passiert auch nichts was ist los ok wir sind hier oben ein paar bauteile ein familienfoto russland späte 1950er jahre vielleicht war einer von ihnen hier gefangen so ist noch was auf der rückseite mache ich 1 ca 2 gedrückt den pfeil herzustellen ach so da kann ich das gleich so aus der dings machen das ist ja eigentlich auch ganz cool brauche ich nicht jedes mal das lager rennt uah hallo sollst du das aufmachen nicht hoch hüpfen das ist ja von compound bogen cool eins von vier damit machen wir noch ein Nest liegt mir aber nichts hm so so wir müssen noch die ganzen dinge erledigen da drüben ist eine station da müssen wir auch irgendwie rüber kommen ist da drüben das seil gewesen ne ich glaube nicht ok dann hilft das alles nichts und müssen hier runter ja macht doch mal keinen stress schwer eigentlich nur das muss man mal hier so vorankommen und da aus glaube ich sogar oben kommen ja so hier ist der nächste so ob wir mal haben wir zwei naja oh da hinten haben wir noch ein Berg zack position zack und noch eine riesengroße Kiste dabei so jetzt haben wir das dritte Teil gefunden cool es fehlt uns nur noch eins dann könnten wir das auch abschließen ich habe schon wieder irgendwo wolf mäßig irgendwas gehört vom schneiden von seibert das Kampfmesser benötigt habe ich nicht darüber müssen wir fünf Stunden lang und da oben ok Shiranimo also einfach Wege die ich hier laufen muss schon wieder irgendein Vieh gehört wie keine Pfeile mehr klar jetzt hast du mich mitbekommen blödes Vieh aufmachen muss ich da irgendwie hochkommen wie komme ich denn da am besten hoch da drüber komme ich hoch ich probiere mal mein Glück ah Material da rüberspringen das Ding kaputt machen 3 von 5 3 von 5 so 3 von 5 ach da oben ist noch eins ok dann noch das da drüben ok das ist schon mal gut dass wir die wenigstens so klettern können dass die da nicht noch irgendeinen anderen Pickel haben wollten so zerkrachen wir noch den da oben oh hier scheint es auch viel zu geben hier ist noch ein Lager zack zack kaputt machen dann haben wir 4 von 5 ähm hole ich mal schnell runter weil wir haben ja gerade eh Pfeile hergestellt ich glaube da bräuchte ich eh noch ein paar da fehlt dann wieder jawoll haben wir wieder eine aber hat mir wenig genützt ähm so warte 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 da machen wir noch schnell hier oben ich hoffe du hast mein letztes Band erhalten mir macht es immer mehr Spaß diese Nachrichten für dich aufzunehmen Anna sagt dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll um mich daran zu erinnern warum ich das alles tue und für wen ich weiß du hast es wenn ich weg bin aber es wird sich auszahlen alles wird sich auszahlen nicht da sei fleißig in der Schule ich weiß du dachtest du tust es für mich aber es hat sich damals nicht so angefühlt aber so lernte ich Unabhängigkeit für mich selbst zu sorgen eine wichtige Lektion wie man sieht ok machen wir Jäger ok machen wir Jäger das ist jetzt die Frage das ist jetzt die Frage ja muss man wieder welche basteln ok dann jumpen wir mal da runter überall bimmelst und bammelst hier du kriegst du ja eine an der Waffe ok ich muss jetzt vielleicht gibt es einen Weg zum alten Gefängnis du wartest jetzt weil ich muss nämlich da oben noch die Relaisstation kaputt machen fahr mich jetzt nur wie ich da hoch komme da kann ich runter mich seilen ok darüber muss ich irgendwie kommen da könnte ich von theoretischerweise aus da drüben supersurfen nein ach du bekloppte Kuh also komme ich wieder da runter ich muss aber da rüber kommen wie komme ich da am besten rüber das ist jetzt die Frage da oben hätte ich es am besten geschafft sag mal von wo kommt denn das Teil ah warte mal ich glaube ich habe es rausgefunden aber ich glaube es nur ja ja finde ich den nachgelegten Eingang will ich aber gerade nicht ich will wo ist das Seil da oben ach nee muss doch irgendwie gehen warte ich glaube ich mache es mir schon wieder zu schwer ich kenne mich ja ich kenne mich ja hä bis kommt man da nicht hoch dann schauen wir nochmal da rüber äh wozu ist das hier ich will ja eigentlich nur dass ich da rüber komme hupp ups ach ne starte ich wieder von hier klasse da kann ich auf den Baum hier wandern Ja, kann ich. Ich hab's doch gesagt. Oh, nee. Also manchmal. Haben wir voll. Jetzt kann ich da rübersurfen. Das ist schon mal hier. Und hat mir gar nichts gebracht. Klasse. Ich muss ja irgendwie da hochkommen. Das ist mir Latte. Ah, warte mal. Nee, auch nicht, oder? Doch. Ob ich da oben die Klippe langrennen könnte. Okay, das hat schon mal was gebracht. Wir können auch hier lang klettern. Das sind wir schon mal hier. Das ist mir halt immer das Problem. Man denkt echt zu schwierig. Und dabei ist die Lösung genau vor den Augen oder ganz in der Nähe und so einfach. Aber man probiert ja auch mal erst mal andere Dinge noch aus. Aber ich will nichts vorweg sagen, dass ich dann hier doch an der falschen Stelle bin. Aber nee, es sieht relativ gut aus, dass ich das jetzt hier schaffe. Ja. Jetzt haben wir es alle fünf. So. Jetzt müssen wir erst mal nur wieder hier runterkommen. Und zwar zum General zurück. Nochmal jetzt die Abkürzung hier. Zack. Okay. Da runter. Ja, ich finde die Parts, die kleinen Missionen, also mit hier Erfahrungspunkten, andere kleine Aufgaben, finde ich auch cool. So neben Missionsmäßig, das ist richtig cool. Das gibt dem Spiel dann immer halt nochmal so eine andere Tiefe. Nicht nur rein Story-mäßig, sondern dass man auch ein bisschen was anders machen kann. Sonst hat man ja relativ immer Story alles sehr schnell durchgespielt. Und ja, da finde ich das hier schon wieder ganz gut. Kommt mal wenigstens ein bisschen voran. Kann sich verbessern. Und das finde ich immer ganz cool. Natürlich. Neue Ausrüstung erhalten. Dietrich. Yeah. Okay, dann kriegst du die jetzt auch auf, oder? Achso, halten. Pistole freigeschaltet. Cool. Und ich hatte doch noch vorn ganz kurz gesehen gehabt, da oben war irgendwo ein, ähm, na? Wie nennt sich's? So ein Schrank. Ja, hier war das. Boah, ja, leer. Okay. Gehen wir ins Basislager zurück und dann muss ich wohin? Da hoch. Okay, kurz nochmal Basislager. Hab eine neue Pistole freigeschaltet. Werde ich jetzt mal schauen. Ob man die auch nutzen kann. Da haben wir Waffen. Das ist der Coponenbogen. Und jetzt haben wir... Ja, wo ist die Waffe? Das ist eine UC. Achso, ich kann die mal schon aussuchen. Ich kann die schon nehmen. Das ist ja mal geil. Mondschatten. Mach den Schaden. Stoß nach Ladegeschwindigkeit. Es sippet hier noch. Die sieht geil aus. Fett. Aber. Wo war das? Was ich noch machen wollte. Und zwar Inventar. Ausrüstung. Und wir können bauen. So, genau. Speichererhöhung. Tasche. Das ist schon mal sehr gut. Und wir können noch ein bisschen Waffe upgraden. Und zwar wäre ich wohl, ich lege mal die hier ein bisschen upgraden. Macht einen Schaden höher. Die Nachladegeschwindigkeit. Ein großes Magazin. Okay, machen wir das. Das. Dann können wir ein bisschen mehr rumballern. Abgeschlossene Mission. Hammer. Herausforderung geschafft. Okay. Da wäre ich jetzt noch schnell in die Richtung da hochlaufen. Wo es dann weiter geht. Hm. Optionale Herausforderung. Das machen wir auch noch. Wo wollen wir? Cool. Wieso kommt jetzt so eine Musik? Waffe ich gerade nicht. Ich muss hier irgendwo hin. Ach, doch da rüber. Durch diesen Mineneingang oder was das auch immer war. Ähm. Achso, nee, warte mal. Das können wir anders machen. Gehen wir hier drüber. Hier war doch irgendwo ein Eingang. Da hoch, da rüber. Okay. Wir jumpen runter. Wow. Könnte man eine Abkürzung nehmen. Aber das mache ich mal nicht. Oh, halt. Da ist er fest. Die Abkürzung doch nehmen sollen. Komm ich nicht hoch. Hat hier sein können. Da liegt aber jetzt auch nichts gescheites, was wir brauchen. Wollen wir mal Bären mitnehmen, wenn wir eh mal jetzt hier so viel Tragekapazität haben. Da geht es nicht rein. Dann noch eine kleine Truhe. Hä? Da drüben geht es auch lang. Schauen wir mal kurz dorthin. Mitnehmen. Da denkt man manchmal, hier ist irgendwo was. Und dabei ist gar nichts. Schade. Schade. Machen wir ja. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Münzversteckt entdeckt. Ah, das ist cool. Da oben sind zwei Boys. Die krachen wir uns jetzt nochmal noch schnell. Wir brauchen jetzt schnell Pfeiler. Mal. Tschüss. Tschüss. Oh. Wir werden angegriffen. Ausschwärm. Halte die Augen offen. Haltet sie in Schaaf. Ja. Lass es uns melden. Das muss man irgendwo erinnern. Nicht mit mir, Leute. So, haben wir ein neues Basler entdeckt. Genau das wollte ich eigentlich so... Oh, mit dem Feuer. Tut mir leid. Der Funkturm. Okay, ich würde mal sagen, wir machen ein kleines Päuschen und sehen uns zur nächsten Folge dann wieder, oder? Ja, natürlich. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.